Hey Leute, moin und herzlich willkommen hier bei Hellfire 101. Mein Name ist Marc und Hellfire ist der Kanalname hier. Alles klar, ich habe euch was schönes zusammen gebastelt hier. Wir haben ein paar Runden Apex gespielt und was draus geworden ist, seht ihr gleich in dem nachfolgenden Video mit epischen Fails und so. Hallo Discord und so weiter. Viel Spaß, haut in die Tasten, wenn es euch gefällt. Daumen nach oben, kann man nur loben. Tschüssikowski und bis bald. Dann los, gehen wir da. Mann, immer Mann, siehst du schon wieder, Mann. Ich mache gar nichts, ich mache gar nichts. Ich spiele mein Spiel. Ich mache gar nichts. Leute, wollt ihr auch mal raus hier? Ja. Wir starten erst und sie haben schon den ersten Kill hier. So, ich löse mich von der Truppe. Komm, komm, hier. Noch leichte Mumie. Wingman. Alternator und Wingman. Genau. Passt. Nehmen wir so. Ja. Laufstabelsator hier. Komm. Hey. Hey, Leute. Na, alles klar. Oh Mann. Oh Mann. Leute, ihr müsst mich hier luten, wo ich lute. Und vor allem macht es doch richtig. Da oben war sicher keiner. Doch, da war... Ne, da war keiner. Scharfschützenschaft. Ist aber scheiße hier. Brauler. Soll ich die Brauler? Ne, ich nehme die Brauler. Ich nehme die Brauler. Fürs Erste. Die wechsle ich natürlich gleich wieder aus, wenn ich die richtigen Waffen habe. Und chillt. Hm. Uh. Kür, kür. Ne. Oh denn. Da hinten. Oh Gott. Bomben, bomben, bomben. Los, los, bomben. Bomben, sage ich ja. Ja, ich komme gleich, wenn es geht. Wenn es geht, komme ich. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. Das ist ein paar. Ab in die Bäume her. Ja, haben wir hier was Schönes. Wir haben hier was Schönes. Schaut euch das an. Wir haben hier zwei Schönen Sachen. Auch schön. Ah, komm. Nein. Yes. Ein Kill. Hier, leck mich. Yes. Mit Jump Sticks hier. Ab in die Fresse rein. Da kommt wer noch? Sehr schön. Da ist sie, da ist sie. Die dritte Person. Ah, verdammt. Da kommt wer noch. Sehr schön. Oh, scheiße. Genau. Da ist sie, da ist sie. Die dritte Person. Ach, verdammt. Da. Nicht. Das tut mich immer so schön an. Wenn da was passiert. Was nicht passieren soll. Werde mich. Ja, wirklich. Ja. Ganks. Nice. Danke. Und jetzt bitte schon heilen. Wo ist Bauen hier? So schade. Aber zwei Killz gehören schon mal mehr. Zwei Killz habe ich schon eingefängelt. Guck, da liegen die Kisten. Sehr cool, wenn ihr mich bespauen könntet am nächsten Punkt. Ich weiß gar nicht, wo wer ist. Weißen wir, wo sind wir eigentlich? Hä? Ah, hier hinten. Da vorne, gerade da. Beides Punkte zum Respawn. So, endlich fertig. Yay, harte Ware. Moin. Da freut mich für dich. Wir können nachher gehen. Zu schauen, joggen, wenn du möchtest. Wäre cool. Kommt, kommt, kommt. Nichts riskieren, Junge. Nichts geht nichts. Du wirst sterben, Junge. Geh mich heilen. Geh mich heilen. Ich bin Sunny. Ich kann dich dann auch heilen. Komm schon. Du musst doch nichts riskieren hier. Alter, Klappauter hier. Da. Lauf schneller. Alter. Da. Nachladen vergessen, Junge. Hm. 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 Oh, Gott. Das ist hier. Ich hab euch so verliegen. Oh Gott, wie die fressen. Die fressen wieder. Nix. Ah. Alter, schulde. Ja. Jetzt haben wir noch einen. Der ist auch im Pipe hier. Ja. Er hat ihn. Nice. Nee. Er hat sich... Er hat sich... Da ist er, da ist er, da ist er. Fett. Fett, fett, fett. Komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Berge die andere Medaille und dann los. Huh. Action hier. Der ist mutig. Der Typ ist mutig. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Der ist amal. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, zwei, zwei, zwei. Oh, Gott, smiley. Drei kills macht er. Drei kills. Schön. So ein Luftschiff. Sieht schön aus, die Fahne. Und, nech sind wir. Gut. Will er denn hin? Alles klar. Du, sagst du, erutscht. Hey, Lola. Wie geht's dir? Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ja, jetzt hab ich noch Waffe. Jetzt hab ich noch Waffe. Beide mit 18 Schuss. Hm, da sagen wir noch nie. Erneinig und Tempo. Beide mit 18 Schuss. jetzt habe ich 24 in der ich weiß nicht ich müsste wahrscheinlich schwere munition ich versuche es mal mit dir ja 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 ich habe da was ja 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 Ah! Missed! Yes man! Drei Kills, Baby! Na Mama! Na Mama, kannst runterkommen, sie sind tot! Ah, die Friedenstifter, man! Ah, geil! Das war, das war jetzt, mhm, schön! Bin ich jetzt gelieb? Was? Ich hoffe nicht! Hey, Na Mama! Hallo! Ah, nicht Na Mama! Wer ist denn da? Black Mots? Alles klar, hi! Ich hör mich wieder doppelt, stimmt! Ich auch! Ich hab's wieder alle leicht gekocht! Ja, das stimmt! Alles klar, alles klar! Vier verbleibende Squats! Oh, fett! Drei Kills! Mal langsam jetzt! Okay! Schleichen wir uns langsam in unsere Zone rein, ne? Oh, oder auch nicht! Ah, verdammt! Ah! Nee! Drei Kills! Einer von uns! Oder uns beide! Ach, verdammt! Guten TV! Kannst du gleich mal sagen, wie man Freunde hinzufügt? Alles klar! Geh mit an! Sehr schön! Kannst du mich hinzufügen? Bist du PC-Spieler? Dann kann ich dich sehr gerne hinzufügen! Nein! Aufs! Nein! Da ist schon jemand! Verdammt! Gehen wir gleich runter hier! Achtung, harte Ware! Oben ist einer! Oben ist einer! Nimm die Waffe und warte auf den! Schnapp dir was zum Schießen! Ich hab auch was zum Schießen! Er ist runtergekommen! Ja, jetzt ist er runtergekommen! Er ist runtergekommen! Na! Nein! Achtung, Achtung! Oh, shit! Lass ihn nicht her! Komm! Ich hab die scheiß Flinte hier! Ja, ich hab keine Munition mit meiner scheiß Flinte! Mann, nein, nein, ich hab gar nicht mehr nix. Schade, da heule ich gleich. Wäre richtig geil. Ich heule gleich. Glocke aktiv. Hey, danke schön, Gurke TV, Gurken TV, sehr lieb von dir. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Und, wie gesagt, wenn du PC-Spieler bist, ich kann ja mal versuchen mit meinem Headset. Klar, das könnte gehen. Wenn du es über Lautsprecher hast, dann geht es schlecht. Spritzer, sehr geil. Nämlich die Spritzer hier. Ah, Spritzer ist weg. Alles klar. Da hat wer Spritzer geklaut. Und hier. Gibt wieder ein Fights, aber weiß ich gar nicht. Fights sind gut. Fürs Gott gut. Oder so. Neun sind noch im Landungsschiff. Boah. Sieht schon geil aus. Oh, sie geilen Striche hier. Und wir sind Pink. Alles klar. Ich gucke schon mal, ob ich was sehe, was ich vorher abspringen kann. Äh, na aber. Jetzt gleich schon eine Waffe hier. Ist schön in Rot. Rucksack habe ich auch. Na, man ist aber noch im Spiel. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Da hinten ist er. Okay. Hat sich abgedankt hier. Einfach so Tschüssikowski und weg war er. Na, eine kleine Schlingel, das. Was haben wir hier? Oh, Peacekeeper. Ja. Ich brauche es. G7, Fluchtarmarmung hier. Das ist ein bisschen zuerst. Oh, der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg hier. Ah, das war Blackmods. Okay. Peacekeeper nehme ich sehr gerne. Hey, Namor. Nein, nicht Namor. Blackmods. Ah, schön. Phönix geht einfach so liegen lassen hier. Was geht mit euch? Jetzt nichts Brauchbares noch. Ah, hier hat es nichts. Nichts. Ich brauche Ammo. Jungens, ich brauche Ammo. Hab ich das schon? Okay. Einfach nichts wert. Drum wird es nicht angezeigt in dem Sinne. Downshelter habe ich auch schon. Das Shield hier habe ich noch nicht gehabt. Keine Reserve und Munition. Okay. Köder? Köder? Das ist ein Köder. Das ist ein Köder. Ah, das ist sein Köder. Wow. Okay. Hier. Nass. Ah, da ist er. Nass. Ah, sehr schön. Ah. Scheiße. Ah, bin ich fast. Shot Patron 16. Sehr schön. Ah. Ah. Nice. Ja. Zweitekir ist der Link. Ah. Nice, Chi Chi. 45 Sekunden. Bring's not too far. I'm okay with that. New kill leader. Fall him if you spot him. ich muss noch schnell mich irgendwo einschließen ganz kurz so nah an müsste ich vielleicht noch das nehme ich schon mal dankeschön fürs einschließen wieder ich muss noch nachladen habe ich schon irgendwas wollte ich noch machen warte mal warte mal warte mal was geht viel zu lang naja das ist aber nichts wert hier schönen ring so ring bewegt sich wieder alles klar sind wieder da sind wieder im spiel baby ich brauche ich brauche energy ich brauche das noch 40 schuss dann bin ich hier leer leer geworfen ganzes gott ausgeschaltet hier nice wechseln wir halt mit 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 dem so habe ich zweimal zehn wenig ganz nicht ganz zwei ich habe nichts gesagt ich habe jetzt eine geilo ich nehme es 1 los 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 nämlich sehr gern sehr sehr hübsch zone kommt wir müssen weg jüngchen die da war noch niemand das ist immer noch mit doppel stimmen dubel schimmer ja wie hast du das jetzt getestet hallo jetzt ist gut jetzt ist gut ich höre mich nicht mehr doppelt geil finde ich cool finde ich cool also das hingekriegt natürlich kann wenn das klappt wenn das geklappt hat wenn ich super ja viel besser also ich höre mich nicht doppelt und nix finde ich super ich glaube der müsste gleich essen in der minute ist in der minute ist zeit zum essen bei ihm wie er gesagt hat jetzt hat er geschehen hat er geschehen dass er gehen muss da ja alles ok was du ein tank als unterstützung oder wieso also hast du jetzt apex auch oder wie paladins keine ahnung musst du selber gucken mit was das so am besten schweres magazin hallo hallo so zwei kills habe ich gemacht könnten mehr sein genau das ist meine frau nicht freundin unterschied bin schon verheiratet ich bin ich alter sack einmal muss man anfangen oder sind wir schon ein paar mal gestorben wo denn wo denn wo denn wo ist denn der tango den er gespottet hat die haben vorhin auf das häusle da geschossen wie verrückt kallde hoch wo schaffst du das hallo 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 Ich muss die Schilder rechnen sein. Ich muss mich aufwachen. Ich muss mich aufwachen. Warte an Airstrike! Oh! Oh! Zurückteam! Zurückteam! Oh no! Shit! Tschüss man! Machiert! 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 We're inside the wind. Target are ready! ... ... ... ... ... ist gut namo ist gut schon tot schon tot schon tot so macht man das baby schön das waren geile kills vier kills baby los hier schilder 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 leute schilder bereits voll alles klar was haben wir hier noch körperschild das gibt ein sieg jungen körperschild auch geil ich habe schon eins hier ist ein phoenix-kitz holt euch was müssen wieder in die zone hat jemand schott amok gehabt noch kein schott keine schut hier keine leichte munition keine schut schott ich habe schon gelesen hier und abschuss geil wieder los weiter geht's pushen wir drei scots eins ist vollständig ganz sicher das sind wir ja man schocken ammo hier ja letzte skott oh letzte skott letzte skott vier kills man vier kills und letzte skott wenn wir das hier hinkriegen haben wir kommen zu heute war der heute war der kommen zone komm nicht dass man sich noch nimmt man das wäre jetzt mies wenn die noch ein vollständiges skott sind dann sind wir am arsch vielleicht ich zittere alles klar ich verteidige das das klar Was? Wo? Da hinten. Da hinten. Geil. Komm schon. Achtung. Harte Warte. Dort sind sie. Dort sind sie. Achtung. 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 Ich werfe. Ich werfe Granaten rein. War das alles? Ah nein. Guck mal. Das sind Köder. Das sind Köder. Warte Warte. Wo sind die hin? Wo? 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 Scheiße. Ich kann die. Ich kann die. Ich kann die. Nein, mann! Oh, das ist... Ja, hier. Die sind so gut wie am Arsch. Hey, hey, Tanja Salzmann. Das ist keine Dame, das ist Black Mods, mann. Das ist ein Junge. Das ist ein Junge! Boim! Yeah, man! GG! GG! Thank you very much for helping. Ja, mann! Wir sind Champions, ohne Scheiß, mann! Lecker! 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 Chicken Dinner, mann! Geil, mann! 4, 5, 6, 7, 8! 8 kills! Geilomatico! Jetzt ne Pause, mann! Nice! Und du hörst dich gut, ne? Ja, du, ich hör dich gut, ich hör dich super! Alter, war das geil! Platz 1 von 20! 8 quad kills! Insgesamt! Nice! Ah, das freut mich jetzt, ich schwein, dass ich das live übertragen habe! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Lecker! Wieso ist es grüner Birnchen? Lecker, Mann! 11, 19, Mann! Alles gut, mach nicht, sagen viele zu mir! Na, man hat aufgehört, alles klar! Cool! Sehr schön, sehr sexy! Echt geil! Das gibt's, das gibt ganz sicher, ich muss gleich gucken, wie viel! 3 Stunden 30, 3 Stunden 30, das, das werde ich, das werde ich, das werde ich schneiden und dann Ja, Mann! Ja, Mann! 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 Mann!